Faktencheck Katze! Moin Moin! Katzen verständigen sich untereinander in erster Linie durch ihre Körpersprache. Das Miauen setzen sie hingegen fast nur beim Menschen ein, da der die Körpersignale der Katze häufig nicht wahrnimmt. Katzen schlafen bis zu 16 Stunden am Tag, also 70% ihres gesamten Lebens. Durchschnittlich schnurrt eine Katze in ihrem Leben ca. 10.950 Stunden. Katzen können nicht kopfüber klettern, das liegt an der Ausrichtung ihrer Krallen. Die Schultern von Katzen sind nur noch durch Bänder und Muskeln mit der Wirbelsäule verbunden, das Schulterbein ist bei der Katze nur noch rudimentär vorhanden. Das macht das Katzenskelett so flexibel und ermöglicht den Tieren, Sprünge abzufedern und sich durch kleine Löcher zu quetschen. Wenn du möchtest, dass deine Katze ein gesundes und langes Leben hat und artgerecht von dir ernährt wird, dann schau gerne in der Bio, denn dort habe ich dir ein naturbelassenes und hochwertiges Katzenfutter verlinkt. Wusstest du das? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Mach jetzt das Herbstrot und für mehr tierische Fakten lass das Plus verschinden.